Das Leben und das traurige Ende von Bruno Gans Bruno Gans war einer der bekanntesten und respektiertesten Schauspieler Europas. Mit seiner Fähigkeit, in die Rollen, die er spielte, vollständig einzutauchen, schaffte er es, das Publikum auf eine emotionale Reise mitzunehmen. Doch hinter den Kulissen führte er ein Leben voller Tragödien und Herausforderungen. Von seiner schwierigen Kindheit über seine persönlichen Krisen bis hin zu gesundheitlichen Problemen, Gans musste sich immer wieder gegen Widrigkeiten behaupten. In dieser Geschichte werden wir einen Blick auf das tragische Leben von Bruno Gans werfen und die Herausforderungen beleuchten, die er auf dem Weg zu seinem Erfolg meistern musste. Bruno Gans wurde am 22. März 1941 in Zürich in der Schweiz geboren. Sein Vater war Fabrikarbeiter und seine Mutter war Hausfrau. Gans wuchs in einer einfachen Familie auf, in der Kultur und Kunst nicht im Vordergrund standen. Dennoch fühlte er sich schon früh zum Schauspielhandwerk hingezogen und besuchte regelmäßig das Theater. Als Jugendlicher wurde er von den Werken von Bertolt Brecht und William Shakespeare inspiriert und begann, in Schülertheatergruppen mitzuspielen. Mit 16 Jahren besuchte er die Hochschule für Musik und Theater in Zürich und begann, sich professionell auf seine Karriere als Schauspieler vorzubereiten. Während seiner Ausbildung trat Gans in zahlreichen Theaterproduktionen auf und erlangte schnell Anerkennung für sein Talent und seine Leidenschaft für die Schauspielerei. Sein Durchbruch auf der Bühne kam 1965, als er die Hauptrolle in einer Aufführung von Brechts Mutter Courage und ihre Kinder spielte. Die kulturellen Einflüsse seiner Heimatstadt Zürich und die Arbeit mit renommierten Theaterschaffenden prägten seine späte Karriere und sein Schauspielhandwerk. Gans' Erfolg als Schauspieler beruhte nicht nur auf seinem Talent, sondern auch auf seiner Entschlossenheit und seinem unbeirrbaren Willen, sich ständig weiterzuentwickeln und zu wachsen. Bruno Gans machte sich schnell einen Namen als einen der talentiertesten Schauspieler seiner Generation. Sein Durchbruch auf der Bühne kam mit seiner Rolle in der Produktion von Mutter Courage und ihre Kinder im Jahr 1965. Gans spielte auch in anderen klassischen Werken, darunter Hamlet und Ottelo und erhielt für seine Leistungen zahlreiche Auszeichnungen und Anerkennungen. Gans erste bedeutende Filmrolle kam 1976, als er in die Markise von O. von Eric Romer mitspielte. In den folgenden Jahren trat er in zahlreichen Filmen auf, darunter auch in internationalen Produktionen. Seine Rolle als Damiel in Wim Wenders' Der Himmel über Berlin im Jahr 1987 brachte ihm internationale Anerkennung ein und gilt heute als eine seiner berühmtesten Leistungen. Gans künstlerische Leistungen waren geprägt von seiner Fähigkeit, tiefgründige und komplexe Charaktere zu verkörpern und seine Emotionen auf eine subtile und kraftvolle Weise auszudrücken. Seine Darstellungen waren von einem tiefen Verständnis und Mitgefühl für die menschliche Natur geprägt, was ihm eine treue Anhängerschaft und zahlreiche Auszeichnungen einbrachte. Bruno Gans wurde in der Folge zu einem der größten Stars der europäischen Filmindustrie und erlangte internationale Bekanntheit und Anerkennung für seine Leistungen als Schauspieler. Bruno Gans hatte im Laufe seines Lebens mit verschiedenen persönlichen Herausforderungen zu kämpfen. Eines der größten Probleme war seine Gesundheit, insbesondere seine Lungenprobleme. Gans litt viele Jahre lang an einer chronischen Bronchitis und später an Lungenemphysem, was ihm das Atmen erschwerte und seine körperliche Leistungsfähigkeit einschränkte. Gans war bekannt dafür, dass er sein Privatleben von der Öffentlichkeit fernhielt, und wenig über seine Beziehungen sprach. Neben diesen Herausforderungen hatte Gans auch mit emotionalen Turbulenzen zu kämpfen. Insbesondere seine Rolle als Adolf Hitler in dem Film Der Untergang im Jahr 2004 hatte einen starken emotionalen und psychologischen Einfluss auf ihn. Gans sprach später darüber, wie schwierig es war, diese Rolle zu spielen und wie er sich von den Emotionen und Gedanken, die er während der Dreharbeiten hatte, erholen musste. Eine der schlimmsten Krisen in Bruno Gans Leben war der Tod seiner Tochter, Miriam, im Jahr 2012. Miriam litt seit ihrer Kindheit an schweren körperlichen und geistigen Behinderungen und war vollständig auf die Pflege ihrer Eltern angewiesen. Ihr Tod war für Gans und seine Familie ein schwerer Verlust und hatte einen tiefen emotionalen Einfluss auf ihn. In einem Interview mit der Schweizer Zeitung Tagesanzeiger sprach Gans über den Tod seiner Tochter und wie schwer es für ihn war, damit umzugehen. Er sagte, dass es ihm schwer fiel, wieder zur Normalität zurückzukehren und dass er immer noch große Trauer empfand. Er beschrieb auch die Herausforderungen, die es mit sich brachte, seine Arbeit als Schauspieler mit der Betreuung seiner Tochter und ihrer Krankheit in Einklang zu bringen. Der Verlust seiner Tochter hatte auch Auswirkungen auf Gans Karriere als Schauspieler. Er sagte in einem Interview mit der Neuen Zürichsische Zeitung, dass er nach dem Tod seiner Tochter eine Weile lang keine Lust hatte, vor der Kamera zu stehen. Er brauchte Zeit, um seine Gedanken und Emotionen zu ordnen und um wieder zu Kräften zu kommen. Obwohl der Verlust seiner Tochter eine der schlimmsten Krisen in Gans Leben war, setzte er seine Arbeit als Schauspieler fort und setzte sich auch für die Rechte von behinderten Menschen ein. Er war ein engagierter Aktivist für die Inklusion von Menschen mit Behinderungen und setzte sich für ihre gleichberechtigte Teilhabe an der Gesellschaft ein. In den letzten Jahren seines Lebens konzentrierte sich Bruno Gans vermehrt auf seine Familie und seine Arbeit als Schauspieler. Obwohl er gesundheitlich angeschlagen war, setzte er seine Karriere fort und war in mehreren Filmen und Theaterproduktionen zu sehen. Er arbeitete bis kurz vor seinem Tod im Februar 2019. Als Bruno Gans am 16. Februar 2019 im Alter von 77 Jahren verstarb, löste dies eine Welle der Trauer aus. Fans und Kollegen aus der Filmindustrie sowie Politiker und Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens würdigten Gans außergewöhnliche schauspielerische Leistungen und sein Engagement für die Kunst. Die Schweizer Bundespräsidentin Simonetta Somaruga nannte ihn einen großen Künstler und einen wunderbaren Menschen. Auch international wurde der Tod von Bruno Gans betrauert. Der deutsche Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier würdigte Gans als einen einmaligen Schauspieler, dessen Arbeit die Menschen bewegt und inspiriert hatte. Der Regisseur Wim Wenders, mit dem Gans in mehreren Filmen zusammengearbeitet hatte, nannte ihn einen der größten Schauspieler aller Zeiten.